Herzlich Willkommen zur Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze stärkt mich heute? Ich habe das Buch und Kartenset Heilkraft aus der täglichen Nahrung mitgebracht und möchte ich daraus die Pflanze Spargel vorstellen. Der Spargel steht für Ehrlichkeit in dem Kartenset, Geradlinigkeit. Ich lebe, was ich sage. Und ich lese euch jetzt ein bisschen was von der Rückseite der Karte vor, die seelische Bedeutung enthält und auch Inhaltsstoffe. Der Spargel hilft, das eigene Denken, Sprechen und Handeln in Einklang zu bringen. Es gibt keinen Widerspruch mehr zwischen dem, was ich predige und dem, wie ich mich gebe. So wird das Leben sehr einfach und verlässlich. Ich lebe nach der goldenen Regel. Was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Der Spargel gehört zu den Liliengewächsen und wird so ungefähr einen Meter hoch, wenn er auswächst. Und verwendet werden die Sprossen. In der weißen Form oder in der grünen Form. Beim weißen Spargel wird der Spross so angehäufelt, dass die Pflanze eben kein Chlorophyll bilden kann. Der Spargel ist eine alte Gemüse- und Heilpflanze. Er kommt aus dem südlichen Mittelmeerraum, aus Vorderasien, wurde aber auch schon in China sehr lange angebaut, angeblich 5000 Jahre lang schon. Und ja, in Mitteleuropa hat sich der Gemüsespargelanbau ab dem 16. Jahrhundert durchgesetzt und war da vor allem eben für die reichen Leute eine Delikatesse. Er besteht fast nur aus Wasser, also 92% des Spargels sind Wasser, aber eben auch viele Vitamine, Mineralstoffe. Er wirkt auch entwässernd. Als Frühjahrskur sehr gut geeignet. Also jetzt gerade April bis Juni gibt's Spargel hier in unserer Umgebung. Entwässernd, blutbildend, reinigend. Er verjüngt die Zellen, stärkt die Libido, das Immunsystem und das Herz. Durch die Elemente Kupfer und Eisen reduziert er die Aufnahme von Blei im Körper. Sehr kalorienarm, gut geeignet für Abnehmer, für Diabetiker. Man kann den Spargel auch roh essen oder eben kurz blanchieren oder braten in der Pfanne. Viele Möglichkeiten. Hier haben wir komplett ausgewachsene Spargelspitzen bei uns im Garten. Der Spargel ist hier schon fast so groß wie ich, also zumindest eineinhalb Meter. Die Spitzen haben sich da so um sich selbst geschlungen oder auch manche da in den Zaun hinein. Man kann die Spitzen auch immer essen. Schmecken ausgezeichnet. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag.